Hallo und guten Tag. Mein Name ist Johannes Müller. Ich möchte Ihnen in diesem Video unsere Unternehmensberatung näher bringen. Vor fast 25 Jahren habe ich die Johannes Müller Wirtschaftsberatung gegründet. Von Bündel in Ostwestfalen-Lippe aus sind wir hauptsächlich in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen tätig. Gemeinsam mit unseren Mitarbeitern und mit uns fest verbundenen Kooperationspartnern unterstützen wir seitdem kleine und mittlere Unternehmen unter anderem in der Finanzkommunikation und der Beschaffung von Finanzierungsmitteln jeglicher Art. Beim Krisenmanagement und bei Sanierungen, bei der Umsetzung von Nachfolgeregelungen sowie bei der Optimierung von Abläufen und Prozessen in der Unternehmensführung und Steuerung und letztlich auch bei allen Fragen rund um die Digitalisierung. Meine Beratung ist seit vielen Jahren zertifiziert und wird auch regelmäßig von externer Seite überwacht. Ich bin langjähriges, aktives Mitglied im Bundesverband Deutscher Unternehmensberater und dort als Vorstand im Fachverband Finanzierung tätig. Unsere Mandanten sind vorwiegend Inhaber geführte Unternehmen des Mittelstandes. Wesensmerkmal unserer Beratung ist ein ganzheitlicher Ansatz für einen langfristigen, nachhaltigen Unternehmenserfolg. Die Menschen im zu beratenden Unternehmen stehen im Fokus unseres Handelns und nicht die Abwicklung irgendeines Projektes. Im Tagesgeschäft steht uns ein Expertenteam mit den Beratungsschwerpunkten Finanzierung, Controlling, Organisation, Personal, Digitalisierung, Vertrieb und Marketing als weitere Problemlöser für die unterschiedlichsten Anforderungen beratend zur Verfügung. Zur Bündelung unserer Kompetenzen haben wir dazu jeden Berater in Kompetenzbereiche eingebunden. Diese Kompetenzteams setzen sich zusammen aus lebenserfahrenen Praktikern verschiedener Branchen und Tätigkeitsbereiche, die als Kooperationspartner mit uns langfristig verbunden sind. Sie werden von uns dann situativ in die Beratung mit einbezogen und beraten mit ihrem Expertenwissen, begleiten bei Bedarf unsere Mandanten bei der Umsetzung vor Ort. Unsere Leistungen umfassen ein breites Spektrum an Aufgaben, von der individuellen Beratung über eine Begutachtung bis hin zur aktiven Unterstützung auf Zeit durch die erfahrenen Praktiker. Unsere Mandanten können auf eine vertrauensvolle, verlässliche und faire Geschäftsverbindung zählen, denn bei uns gilt noch das gesprochene Wort und der Handschlag. Wir wollen den nachhaltigen und wirtschaftlichen Erfolg unserer Mandanten und somit letztlich auch für unser Unternehmen. Daher fordern wir von uns selbst höchste Beratungsqualität ohne Kompromisse für unsere Mandanten. Und eines ist uns wichtig. Wir sind und bleiben unabhängig. Wir verkaufen ihnen keine Produkte und vorgefertigte Lösungen. Wir glauben an die Arbeit von Spezialisten und arbeiten generell nur mit Partnern zusammen, die sich den gleichen Grundsätzen wie wir verschrieben haben. Glauben Sie uns, wir kümmern uns um Sie. Bitte nehmen Sie sich Zeit für einen unverbindlichen Erstkontakt zum Kennenlernen.